Das Wichtigste gleich vorne weg. Das Lammfilet. Da bevorzuge ich bereits variniertes Filet vom Händler meines Vertrauens. Frischer Spargel aus der Region. Diese Menge ist natürlich für zwei Personen zu viel. Kartoffeln. Die Menge richtet sich ebenfalls nach der Personenzahl. Und, man möge mir das nachsehen, Convention Sauce Hollandaise. Der Aufwand für eine kleine Menge selbstgemachter Hollandaise ist mir einfach zu groß. Aber jetzt geht es ratzfatz. Kartoffeln und Spargel kochen. Das Filet heiß, aber kurz braten. Am besten in geschmacksneutralem, hochwertigem Olivenöl. Hollandaise erwärmen, aber nicht kochen. Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Und voila. Fertig ist ein leckeres Heuertagsgericht. Das gab es bei uns an Ostern. Mundet aber sicher auch an anderen Tagen. Zumindest, solange es Lammfilets gibt. Achja, fast vergessen. Eine selbstgemachte Spargelcreme-Suppe bietet sich bei der eingekauften Menge an Spargel natürlich wie von selbst auch an. Lammfilets ist eine wichtige Handwerksgericht. Die Handwerksgericht in der Luftvergleichung ist eine sehr, 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 sehr wichtig. Vielen Dank.